Ich bin Leon Dübel, ich bin im zweiten Lehrjahr und mache meine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik. Wir arbeiten von 6 Uhr bis Viertel vor 3 Uhr. Wir bekommen Arbeitsaufträge, die arbeiten wir dann einfach ab. Ich repariere Maschinen und helfe meinen Kollegen, die wieder zum Laufen zu bringen, wenn die stehen. In meinem Beruf sollte man teamfähig sein, man sollte handwerkliches Geschick haben. Und ein gutes technisches Verständnis haben. An Remmers gefallen mir die netten Kollegen und dass der Beruf so abwechslungsreich ist. Man hat jeden Tag etwas anderes zu tun. Du interessierst dich für meinen Job? Dann bewirb dich jetzt auf remmers.com.